so hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play counter strike global offensive heute spielen wir mal einen ranket und zwar nicht mit meinem account ich habe mal von einem kollegen ein account kriegt und der hat mal gesagt ja sag mal wie spielst du eigentlich wenn du gegen silber spielst ja kein problem zeige ich dir das machen wir jetzt heute der ganze ist über 4 ich habe gestern schon eine runde gespielt gehabt wurde dann natürlich direkt abgerankt auf silber elite und ich glaube danach kommt sogar silber elite meister deswegen ja wenn ich mal gespannt wie wir uns da schlagen werden eigentlich dürfen wir uns ja nicht so schlecht schlagen weil wir ja wie gesagt eigentlich master guardian sind wobei ich habe gestern als ich die erste runde gespielt habe ich habe anfangs erst mal verkackt jetzt kann man natürlich sagen ich bin ein scheiß kacken aber muss dazu sagen viele von den silbern die können schon die können eigentlich schon wirklich amen das problem ist dabei einfach nur zum beispiel die map nicht kennen oder dass sie nicht wissen wie sie ihre taktik umsetzen oder sie einfach nicht wissen was machen sie überhaupt da und sie können aber die gegner treffen und wenn ihr wie so ein blindes huhn seid wo ich weiß wo es hinlaufen soll dann habt ihr so ein paar problemchen und ja was mir auf jeden fall schon mal auffällt in silber hier wird sich nicht begrüßt es wird nichts gesagt es wird einfach losgespielt das ist scheiße aber ja okay vielleicht werden die dann noch anfangen zu reden hat man hören eben auch erst anfangen zu reden wenn sie dann mal entgegnet sind und ich bin mal gespannt wie viele silber so laufen werden nachher wir können speak you know man kann ja jetzt zu heiter werden ja ich bin ich auch füüüüüüüüüü lach scheiße okay das haben wir verkackt aber nun haben wir drei gut weggeholt Mich regt es halt einfach auf, wenn die Team jetzt nicht reden können, weisch? Wenn die einfach sagen, oh ja, und dann auf einmal reden sie, weisch? Naja, okay. Aber es ist noch nicht verloren. Es ist noch alles drin. Mit 3 zu 1 steigen wir in die zweite Runde ein. Und ich bin mal gespannt, was da so alles passieren wird. Sehr schön. Einen habt ihr doch schon mal weg. Haha, fuck you. Fuck you too. Jetzt fängt das mir an. Ah, jetzt fängt das Video an, ne? Markus, du fängst jetzt an, ob wir jetzt spielen, ich meine, ist es dann in der Silbergruppe. Meint man eigentlich wirklich, dass die Silbergruppe die höchste Skillgruppe ist und dass man... Das ist echt so ein Ding, wo ich sag, das nervt mich einfach. Wenn man einmal besser ist wie die anderen, grad wie Silber, weil Silber ist ja die, die beste Gruppe der, das ist Global Elite, Alter, da spielen einfach die Besten gegen den Besten. Meine Güte, Alter, also mal ganz ehrlich. Ja, dann soll er mich reporten? Overwatch cheat? Aha, das spielt gut oder das spielt eben scheiße. Aber soll ich die scheiß Schnauze halten und sagen, dass ich cheat'e? Weil, wenn du keine Ahnung hast, einfach mal die Fresse halten, ne? You know. Mach aber auf jeden Fall mal den Sound ein bisschen lauter, ich höre, fast lieg's. One shot, one shot. Ah, fuck. Was? Ich hab' ihn getroffen? Wenn das... Oh, shit. Alter, ich, also, ich muss grad echt zugeben. Sehr schön. Oh, jung. Aber man muss einfach im Team arbeiten, auch ich als... So hoch ist mein Rang auch nicht gerade, aber trotzdem einfach mal trotzdem im Team arbeiten, nur weil ich nur gerankt bin, heißt das nicht, dass ich jetzt auf einmal alle alleine killen kann. Hier geht's! I will nur dann! isteig, du kannst nicht auf die Abwechslung kommen. Ich werde die Deckung von der Abwechslung sich. Ich werde die Abwechslung sagen. Das Spiel ist doch bezifitable. Oh, Mann! Ja. Oh, Mann! Geist nicht! Oh man Das ist einfach so scheiße Vielleicht ist da ja noch was drin Bis jetzt ist noch nix getan Nix gebacken Eigentlich würd's einfach schon sagen Magus du hast cheat an Derby So Oh shit Oh man Kacke Kommt schon Kommt schon Kommt schon Tunnel Tunnel Ok Stabt schon mal nix Nice Nice So look a look a one look a Look a look a Look a look a Maybe down a two Boah ihr glaubt sich wie das bei mir hat geschneit hat also das ist echt heftig das ist bestimmt ein paar Zentimeter, Alter So Come on you can do this Go together Ah Schade Ich weiß wonach das riecht Ich weiß wonach das riecht Ich weiß wonach das riecht Geht Aber nicht So Da bin ich Jetzt Ich will Scheiße Ich Warte Ich Ich Gebe Warte 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 übernommen dass er leil eine melanchol auf der dritten du musst das ganze laufen ohne verlust der einfach durch pratt pratt und erinnert mich gerade an die aber wie heißen sie die nägels bratz braten die habe ich auch die schülpen und die bratte richtig ab hey das könnte ich mir aber glauben mal gucken natürlich ist es die bomb oder was ja ok die bomb ist los ok alles gelang boah shit ich habe jetzt so wenig gerechnet aber jetzt haben sie in der AWP gehört das bedeutet vielleicht sind sie vorsichtig gegangen ehm long is not clear may they go be or so can one go to be or i go to be whatever i'm gonna go to hero oh it's shot it's shot it's shot last mit mit nice nice oh don't kill me so 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 wie gesagt äh Silber ist ja der beste Skill und äh der global Elite das heißt jeder der beste ist wie die ich glaube ich bin ein dr aber gibt sich mit zum Oh, es ist ein V-Rush. Oder nicht? Wir haben die Bombe und B. Ich stehe da leppisch rum. Komm B, wir haben die Bombe, wir haben die Bombe. Komm B, wir haben die Bombe. Komm B, wir haben die Bombe. Komm B, wir haben die Bombe, wir haben die Bombe. Wenn die Bombe nicht, sie können planten und sie verlieren. Dann gehen wir in den Winter. Ja, ja, eine Junior. Puh. Wir haben das Ziel. Wir haben das Ziel. Wir werden das Ziel. für den k es ist nächstes holzer die 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 kaufen und oder 30.000 wir haben einen Teil von den Schönerleben strand und es war ja gar nicht sogar nur ja ich komme schock Die Bombe hat sich in den Bremsen geblieben. Wie die alle sterben, wie die fliegen, ey, ich glaub es nicht. Ich dachte sie einfach sagen, okay, wir smucken dazu und wir machen dies, aber nein, wir werden erstmal die Bombe raschen, äh, nein, nicht die Bombe raschen, den geben wir raschen. Okay, ich konnte defusen, also pass. Ah, shit. Der ist immer noch... Äh, lasst es lieber bleiben. Ich denke, er war despawn, orange. Ich glaube, er war despawn, orange. Komm mit mir, Daniel, komm. Aber wenn die den überhaupt gespielt wird, würde mich jetzt mal gerade brennend interessieren. Weil ich quasi kann ja nicht mal rein spielen, weil ich da einfach zu schlecht bin, weil ich mich dann... 26 Stunden. Äh, 500, 14. Also, so 500 würde sicher, oder fast würde sicher doch schon. Eigentlich... Äh... Pigung... Vif-viel. Naja. Also, dass man da noch zu Louisbuss wahrscheinlich... Ohohohohoho! Whatafuck! That Headshot, alter! und ich würde das jetzt mal langsam gerne gewöhnt wobei den schwersten der karte ist dann besser laufen ich mag die CT seid ihr als auch das nicht so gut ich mag eher die CT seid ihr einfach wegen der K erstens was die günstige ist weil sie viel besser ist ich war gar nicht da ich kann ihn genauso ohne den Effekt zu haben den ich wollte es ist ah fuck jetzt bin ich aber zu mir zog T ab und mit he is down now sorry my mouth is being weird no problem when you want AVP oh yeah when you thank you so I hope he will be I hope he is the bomb is in the tunnel orange grenade point a grenade grenade out point flashback point a or right point a point a point a point a ja ich hoffe gerade alles auf das was ich haben will, ich bin nur ein scheiß Granat, na kein scheiß Thäser, oh da stimmt sogar einer, uuuu ich bin mal weg, boah da sind die Geschwitze, nö nö, leben wir nicht, äh Genbeat. Ah scheiße, nice, werft doch nicht, eure scheiß, B90 gegen eine AWP, jetzt haben wir was tausend P306, nö ich glaub es echt nicht. Ich sollte mal ein bisschen, ähm, ne you know what I mean spielen. für eine granate für euch so wird das Auto gesmogt und zum Beweis der Schaden und gewinnen und ich glaube da war ein Low-Tunnel der auf einen Shot geschossen hat, aber ist mir jetzt scheißegal Na komm schon Just call me a Ninja Ah kacki 3100 Euro gesetzt worden ist, aber die AK trotzdem immer noch 2700 Euro, das ist eigentlich echt ein Vorteil im Gegensatz für die CT Und die Waffe ist auch noch da, da ist das Problem Was ist das? Es ist B! Jetzt habe ich mir aber auch schon eine AWP gesaved Aber ist es besser, wenn sie nicht mit AWP spielen, wenn sie es nicht können Also, gut gemacht Und ich schaue die letzte Runde, ne? Also, kann man lieber noch mal So jetzt Man weiß ja nie Wir waren lieber wieder auf der Schaden, wenn die Mitte gesmogt haben Entweder rassern die Mitte durch Was ich nicht denke, weil sie gesmogt haben Wobei man weiß ja nie So, jetzt laufen wir mal wieder auf die Schaden Ohne zu beleidigen zu wollen Also über die Schaden Wut? Ehm Ehm One is Three Two One So You have the bomb one long R2 Move, maybe long two Cover the bomb And go for short range schön let him come, let him come, then you can spray him down okay, both long, both long come on, he is on spot A he just got out of the tank he is on spot so I don't think I'm going to do it don't stop I'm going to smoke and whatever but please don't stop Ich werde einfach jeden töten, der mitten im Tunnel will stehen bleibt, ist mir scheißegal, ob ich dafür gekickt werde, einfach nach Bale scheiße reinrushen. And don't go outside, go, don't go outside. Oh, eh, you die. Stay, 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 stay. Last tunnel. My guy. Terrorists win. Ich kann ihn nicht öffnen. Oh. Go long now. Yep. But rush again and smoke CT. I have a smoke, I have a smoke, I can smoke CT. Let's go, let's go. But before you rush on spot, look on spot, before there is one camping behind the box and kill you all. Oh shit. So one is long. And now you only need to cover the bomb. Play on time, they can't defuse it. Oh, what have I seen before? Oh, what have I seen before? One CT. One long. Too long. Äh, two shots. One shot. One shot. One shot. One shot. One shot. What the fuck? One shot. Last shot. Height, height. 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 So, rush, maybe, smoke mid and go short. And nade, nade the on spot, nade on spot. I will wait on B, maybe they come on rushing on B. And I will kill him. No, no. Go, go short. Go short. I only will camp for B with the one rushing on B. The last guy is A side. Just go to B with the bomb. Just go to B with the bomb. Just go to B with the bomb. Nice. Woah. If that was just a headshot. That would have been a headshot. So now, slowly. Don't rush. Where, where? Where we have to first pick, then we wanna go there, okay? Let's go, let's go. Okay. Let's go. I'll get my B. And then rotate fast. Floating your back back. Floating your back. Floating your back back. Floating your back back. Floating your back back. I'm blowing smoke. No, don' do. Don't go with the bombs through the smoke. wenn du sterben wir sind behinder der blue box kein russchen behinder der blue box what the fuck so mal alter ich sagte behinder der blue box sie stehen direkt neben der blue box nur auf der anderen seite sie können auf die minimap gucken wo er ist jetzt ist es meine fresse alter was haben die gegner so okay wenn ich aber noch der beste okay das ist nicht mehr niedrigend wenn ich schlechter wäre wie uns selber das möchte ich nicht gut wobei zu schlimm wäre das jetzt nicht mehr so ich weiß nicht hier das spiel mit dieser scheiß 90 gut job gut job nennst du das das will ich mal kackt das nenn ich sowas von verkackt ja wir können versuchen ich bin echt mal gespannt auf die Ringe was sie haben okay so ich bin geschort okay so können wir uns bei der helfen ohne wo der war bachgeräusch da um sorry mein AIM ist äh nicht das was es mal früher war ahhh scheiße er gibt einen Hände ein ist lang er war lang Wann ist vor Ort ist er noch nicht so und amorten hier hier ist es dann nicht wie 90 alter der In der Echo kann ich nichts besseres machen, aber das ist äh... Da will ich jetzt gerade achten Hoho Zwei Leute! Drei Leute waren auf B Warum waren da nur drei Leute auf fucking B? Warum waren da drei Leute auf B? Warum? Ich hab mir gedacht es doch nicht an Ich möchte das gewinnen Und das ist äh... Eigentlich müsste es extrem einfach sein für mich Ich hatte auch eine Runde gehabt, da bin ich einfach nur long die ganze Zeit durchgewaschen Ich hab nur zwei Picks gemacht und Weidegelaufen und dann Dann hat er einer afghanen Abel Fuck you, eyla, fuck you, nicht mit mir Ja, da ist ein ABP, so... Gut, klar, dass man das nicht machen kann, wenn man... Oh, wie Ich hör dich nicht Ist jemand auf Smoke und kann Smoke CT? Okay, nice, bis klar. Ja, mach's! Glaubst du dir das ganze Tag nix? Hübe, hübe, hübe ihn. Ja, ja, ja. Da ist jetzt noch ein Blitz! Ah, da ist noch ein Blitz! Oh, Mann! Wer gibt es? Ich hab's zu late Nice Nice Yo Und die sagen ich cheat eh hallo Sollen sie sich mal angucken wie scheiße sie spielen Ey Long Let's go my brothers Na I'm throwing a flashback, throwing a flashback Flashback Grenade, smoke Wieso spielt da jetzt wieder jeder mit dieser scheiß AWP Robi Ach scheiße But maybe der S1 und B Aber ich bin grad echt kacke, das glaubst du nicht Ich muss mal wieder mit höher gerankten spielen Also mit meinem Account Dann bin ich natürlich cotton schlecht Aber danach hab ich mich an die Leute wieder gewöhnt Und dann ging die wieder einfacher weißt Weißt du bescheid Warum versucht er es einfach nur mit der Mitte eigentlich Ich glaub's echt nicht Door Und window Peak Andrei Warum würd ihr reload Oh wow Play you with volume null Or what Without sound You can hear them all It's an easy game Don't need a cheat Only hear them Was sie voudst Etwa Die 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 Sie Die Für Die 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 Red Die Die Ich bin nicht mehr so long. Flashback. I'm throwing. Smoke. Smoke. 1 AWP. I try from Trott. Orange and me go Trott. 1 mid. Don't look. Don't peek. AVP down. AVP down. Come on, come on, come on. I told you AVP down. The last guy is CT. Terrorists win. Hey. Hey. Naja, mies süß. Ich hab mich so aufgeregt, aber das schläft. Really, shit egal. Hey. Also. Eigentlich mag ich ja die AWP. Aber wenn ich die ganze Zeit jede Runde immer mit so'n scheiß AWP seh. Irgendwann krieg ich's kotzen. I'm throwing flashback. Hey. Hey. Go B. Go B. There are too far more. Machen. Hey. I told you. Come on. I will cover you. So go B. kann nur einer sein komm in komm in komm inside Das war schon wieder in den Tunnel, oder? ich habe sieben mvp ich habe sieben mvp von b tb erstellt er nicht in mich rein einfach so abheben ja komm das meld das meld kacke komm her oh no scope Alter what what are you doing so ja das wars jetzt für die runde alles CSGO das waren jetzt nicht so tolle runden also für damit dass ich einen höheren rank habe ich habe auch schon die 100 punkte geknackt aber ja gut ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und dann denke ich sehen wir uns mal in der nächsten Folge wenn es wieder heißt let's play how to track global oder wenn sie ihr könnt übrigens gerne in die Kommentare schreiben ob ihr sowas öfter sehen wollt das ist mal mit Lorenz willkommen hören wobei dann klack ich ihr ab und ähm ja wir sehen uns dann in der nächsten Runde haut rein ciao bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.